Hallo auf der Meerschweinchenfarm. Heute haben wir Kekse gebacken, original Mr. und Mrs. Wikwik Kekse. Und wie man sieht, es ist in vollem Gange und es scheint tatsächlich zu schmecken. Naja, bei der Meerschweinchenfarm ist einfach viel Liebe dabei. Komm Fokuhila, komm. Also dann, tschüss und einen schönen sonnigen Tag. Wikwik.